Sie wollten schon immer etwas über den sinnvollen Einsatz von RFID-Technologie lernen? Dann sind Sie hier genau richtig. Das heutige Thema effiziente Ausgabe und Rücknahme von Berufsbekleidung in Krankenhäusern. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind für die Berufsbekleidung in Krankenhäusern verantwortlich. Dann kennen Sie sicher die folgenden Problematiken. Schwund, Laufwege, Kosten, Platzbedarf, nichts da. Bunkern. Und schon morgens ist die Warteschlange am Wäscheausgabeautomaten gefühlt genauso lang wie mittags in der Kantine. Oder die Kollegen befinden sich auf Wanderschaft, um Arbeitskleidung zu besorgen. Interesse, das zu optimieren? Die Lösung ist einfach. In einem dezentralen Textkabinett wird die Wäsche nach Größe sortiert gelagert. Dadurch werden die Wegzeiten der Mitarbeiter erheblich reduziert. Zugang erhält nur, wer entsprechende Rechte erhalten und noch Kontingent verfügbar hat. Das Bunkern und der Schwund von Bekleidung gehören damit der Vergangenheit an. Der Mitarbeiter hat mit seinem RFID-Transponder zu jeder Tageszeit Zugriff auf die ihm zugewiesenen Bekleidungsteile. Mehrere Textkabinetts können zeitgleich geöffnet werden. Keine Warteschlangen mehr. Beim Schließen erstellt der Schrank mittels UHF RFID-Leser vollautomatisch ein Bestandsinventar. Die Entnahme wird auf das Konto des Mitarbeiters gebucht. Die Rückgabe ist genauso einfach. Die kleine Lösung für die Station oder die große Lösung für die zentrale Rückgabe. Die in den Rückgabestationen integrierten RFID-Reader identifizieren jede Rückgabe und entlasten das Mitarbeiterkonto. Werden definierte Mindestbestände im Schrank unterschritten, versendet das System eine Info, dass neue Wäsche benötigt wird. Auch direkt an den textilen Dienstleister, wenn gewünscht. Sie haben volle Transparenz, was sie im Bestand haben und was nicht. Welche Artikel sich nicht drehen und welche eventuell zu Hause gewaschen werden. Hat man also RFID ins Textilmanagement eingeführt, folgen die Vorteile auf dem Fuß. 24-7 Verfügbarkeit. Reduzierung von Schwund. Permanente Inventarisierung. Bestandsoptimierung. Mit der Deister Tax-Kabinettlösung ist Ihre Bekleidungsausgabe fit für die Zukunft. Bis zum nächsten Mal, denn RFID hat viele Gesichter. Vielen Dank fürs Zuschauen.